Z.B. durch einen Fluch. Und entscheidend ist der Wahrheitsgehalt der Behauptung. Das heißt, Furina, könntest du anstatt eines Arkons auch einfach nur ein verfluchter Mensch sein? Furina, ist es nur ein Mensch? Mensch und Mensch... Ich weiß nicht, dass es nur ein Mensch sein kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist noch schnell zufrieden. Es ist noch nicht so, dass ich mich verletzen kann. Es ist noch nicht so, dass ich mich nicht so fühle. Es ist noch nicht so, dass ich mich nicht so fühle. Moment. Moment. Dieser eine Fall hat das genaue Gegenteil bewiesen. Farina hat tatsächlich überhaupt keine Kontrolle über Beatrice. Ja, der Fall mit Tartam, ja. Es ist schon klar, dass es eine Antwort auf die Herrschung gibt. Ich möchte nicht, dass das Herrschung der Herrschung vermittelt. Es gibt keine Erklärung des Herrn. Ich muss aufzuhalten, Furiina. Ich möchte, wenn Sie diese Situation befassen, einmal zu verstehen, das Herrschung der Herrschung. Ich möchte, dass Herr das Herrschung der Herrschung nicht verwendet. Das ist nicht möglich. Ja... Ich habe noch nicht die Frage, was ich? Na gut, dann legen wir die Oatries mal beiseite. Aber könntest du, Fräulein Furina, uns deine göttliche Macht als A-Content demonstrieren? Das ist das Geheimdienst. Es ist ein ganzes Geheimdienst. Es ist ein ganzes Geheimdienst, und es ist ein ganzes Geheimdienst, dass es das Geheimdienst gibt. Es ist notwendig, dass ich den Geheimdienst für den Geheimdienst. So, es ist notwendig, dass es... Ein Harkon kann doch sicher tun, was ein Mensch mit einem göttlichen Auge tun kann, oder? Das ist das Geheimdienst. Fräulein, das ist die Frage. Die Menschen werden nicht beantregen. Soll ich nicht so, dass ich mir meine Frage, ob ich mich nicht das, was ich? Ich habe mich noch gut gemacht, oder? Ich bin nicht so, dass ich mich wie das Fräulein. Ich bin mir der Fäulein, oder? Ich bin mir der Fäulein, oder? Das ist wirklich eine große Herausforderung. Wir sind nicht nur uns. Ich meine Eltern und meine Eltern, das sind immer noch immer noch die alten Leute, die alle von Freena zu verabschieden sind. Ja, bitte. Es ist alles gut. Dann gehen wir mal. Ich würde mich nicht aus, wenn ich ein Kind, wo der Herbst ist. Ich würde mich nicht auswählen, sondern ich würde mich nicht auswählen. Ich würde mich nicht auswählen, wer der Herbst ist? Ich kann auch so viele Dinge sagen. Ich würde mich lieber über die Frage stellen. Wenn wir nicht beweisen können, dass sie kein Archon ist, können wir versuchen zu beweisen, dass sie nur ein Mensch ist. Und wenn Furina nur ein Mensch ist? Wir haben einmal hier Linny. Navia hatten wir noch nicht, ne? Der Zugang zum Urmeer ist in verbotenen Zonen im Fort Meer, wo Pide versiegelt, vor kurzem wäre beinahe dieses Wasser ausgebrochen, doch mithilfe von der Platzkraft konnte das Urmeer vorübergehend zurückgedrängt werden, deshalb im Moment noch keine Bewandtnis. Ah, bei der Erkundung der Ruinen in der Nähe von Poison stürzte eine Brücke an und Navia fiel fast ins Meer. Das, ne, das hat damit jetzt auch nichts zu tun. Während Dinnis und Dinnis erster Aufführung in Ubrunhaus eignet sich ein Wortfall, obwohl sie schließlich von jeglichen Anschuldigen freigesprochen worden sind, wurde ihre Identität als Agent des Hauses des Kamins aufgedeckt. Das hat, glaube ich, auch nicht wirklich bei der Anlassung. Die Wahrheit hinter dem massenhaften Verschwinden der Mädchen, wie sich herausstellte, kann das Wasser des Urmeers die Menschenfonteins auflösen. Im Laufe der Jahre hat Vashia eine Vielzahlung Mädchen für seine Experimente entführt und aufgelöst, um seine aufgelöste Frau zurückzuhören. Das hat auch eigentlich gerade keiner Bewandtes. Wir versuchen es mal mit Linny. Keine Ahnung. Dann würde ich Navias Sturz ins Meer nehmen. Auch nicht. Dammit. Das hat so gut angefangen. Das hatte so gut angefangen. Mit zweimal direkt richtig. Ah, dann das. Stimmt, das hätte sie verändern können. Auch nicht. Mensch, was ist das mit uns jetzt gerade? Was hat denn der Typ damit zu tun? Fontein-N-N-Gin ist es, dass sie nicht in den Luft. Fontein-N-Gin ist es, dass sie sich nicht in der Luft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, macht es? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin nur mit einem normalen Menschen. Ich danke dir, Siegwind. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was hast du gesagt? Ich habe mich nicht verletzelt. Ich habe mich nicht verletzelt. Ich habe mich nicht verletzelt. Wiem . Ich habe mich aber einen anderen Weg gemacht. Ich habe mir immer darüber gesprochen. Ich habe mich wirklich nicht verletzelt. Wundern Sie sich nicht verletzelt? Das war's für heute. Was ist denn so? Hör auf! Hör auf! Ich habe noch nicht so viel Glas, denn ich kann nicht so viel sehen. Ich bin jetzt. Ich glaube nicht, dass es etwas dann ist wenn ich zu concentration auf der Wind gesinstrumenten, was ich nicht dafür zuständig für Sie! Das ist genau, ich hätte es nicht sehen, dass ich wirklich ein Mensch sei. Wenn ich wirklich eine Bee zu bekommen habe, dann gibt es nicht die Hoffnung. Ich bin wirklich ein Mensch. Ich will nur, ich will. Ich würde sagen, ich will. Ich bin wirklich ein Gott. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.